Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ich wollte euch nur kurz darauf hinweisen, dass der heutige Star Wars Livestream leider etwas verspätet anfangen wird, weil ich nicht klug genug war, um darauf zu kommen, dass dienstags ja immer Wartungsarbeiten sind und in dem Falle wird sogar ein neues Update drauf gespielt. Deswegen sind die Server wohl erst wieder so gegen 18 Uhr erreichbar. Das bedeutet, dass auch unser Livestream erst so gegen 18 Uhr leider starten kann, weil, naja, ich kann ja vor allem die spielen, sozusagen. Also schaltet dann am besten um 18 Uhr ein. Wenn alles gut geht, wird der Livestream dann anfangen. Bis dahin wünsche ich euch schon mal alles Gute.